Bisher hatten wir Markdown nur auf einer winzigen Ebene eingeführt. Das heißt, Sie sollten inzwischen wissen, wie Sie Wörter und Phrasen innerhalb eines Absatzes hervorheben, Bilder hinzufügen und wie Sie mit Verweisen auf interne oder externe Ressourcen verweisen können. Aber bisher haben wir nur mit Absätzen gearbeitet. Aber wie im folgenden Zitat erwähnt, kann Markdown noch mehr. Im folgenden Teil lernen wir, wie man mit Markdown-Blöcken umgeht und wie man seinen Inhalt formatiert, um die folgenden Elemente zu definieren. Liste, Blockquotes, Tabellen, Benutzerdefiniertes HTML, Horizontale Regeln und den Umgang mit Code-Blöcken. Der Markdown mit GitHub-Flavor unterstützt zwei Arten von Listen. Geordnete und ungeordnete ebenso wie Liascript. Wenn Sie alle eine Schreibmaschine verwenden würden, würde Ihnen die folgende Syntax für Listen natürlich erscheinen. Hier zählt nur der richtige Einzug. Um eine ungeordnete Liste zu definieren, beginnende Sternchen, Sternchen, Pluspunkte, Plus und Striche, Bindestrich, kann verwendet und gemischt werden. Wenn ein Punkt mehr als eine Linie hat, können Sie auch mehrere Linien verwenden, um Absätze zu definieren. Alle anderen Markdown-Elemente, die Sie kennenlernen werden, können auf die gleiche Weise eingebunden werden. Wie Sie dem Ergebnis entnehmen können, können Sie alle Markdown-Teiligen Elemente frei anwenden. Die Anfangszeichen werden gleich interpretiert. Es macht also keinen Unterschied, ob Sie Sternchen, Plus- und Bindestriche verwenden. Um die Lesbarkeit Ihres Dokuments zu verbessern, empfehlen wir, für jede Stufe ein Format zu verwenden. Beginnend mit Sternchen auf der ersten Ebene und Bindestrichen innerhalb der zweiten Ebene und so weiter. Geordnete Listen beginnen mit einer Zahl und einem Punkt. Wie Sie am Beispiel sehen können, ist die Nummerierung wichtig. Im Gegensatz zum GitHub-basierten Markdown oder dem ursprünglichen Markdown. Bei dem die folgende Liste zu zwei separaten Listen führen würde und die Nummerierung für jede Liste bei 1 beginnen würde, wobei Ihre Nummerierungsreihenfolge ignoriert wird. Mit der Leaskript-Interpretation können Sie Ihre Listen trennen, weitere Erklärungen dazwischen hinzufügen oder Animationen verwenden, um bestimmte Teile erscheinen oder verschwinden zu lassen. Wenn Sie von Zeit zu Zeit auf E-Mails antworten, wird Ihnen die folgende Notation bekannt vorkommen. Um zitierten Text zu verwenden, beginnen Sie einfach eine Zeile mit einem Wie Sie am Beispiel sehen können, können alle Markdown-Elemente innerhalb eines Blockquotes verwendet werden und umgekehrt. Alles, was Sie bisher gelernt haben, lässt sich leicht kombinieren. Es könnte auch eine Galerie oder ein eingebettetes Objekt sein. Blockquotes werden oft für Zitate verwendet und wer auch. Sie können das folgende Muster verwenden, um ein Blockquote als Zitat zu markieren. Verwenden Sie einfach zwei Absätze innerhalb eines Blockzitats und beginnen Sie den zweiten mit Zwei Bindestrichen Das resultierende Blockquote sieht etwas anders aus. Außerdem wird der Absatz gefolgt von Bindestrichen in HTML eingefügt. Zeitetikett Sie können diese Syntax mit beginnenden Bindestrichen überall in einem LIA-Skript-Dokument verwenden. Und Ihr entsprechender Absatz wird in einer Zeitetikett Zu diesem Zeitpunkt wirkt sich dies jedoch nur auf die Darstellung von Blockquotes aus. Wir sind uns noch nicht sicher, wie dies auch auf Bilder, Tabellen, Listen und so weiter angewendet werden kann. Tables as we hope Tabellen sind, wie wir hoffen, einfach zu interpretieren und zu erstellen. Verwenden Sie einfach horizontale Linien, um Zellen zu trennen. Die Überschrift wird immer durch die erste Zeile definiert, während die zweite Zeile dazu dient, die Tabellenüberschrift optisch vom Rumpf zu trennen und die Spaltenausrichtung festzulegen. Wie Sie im Ergebnis sehen können, können Sie Tabellen sortieren, indem Sie auf das Symbol klicken, das rechts neben jeder Kopfzelle erscheint. Eine Tabelle wird dann entweder aufsteigend, absteigend oder nicht sortiert sortiert. Was bedeutet, dass Ihre ursprüngliche Zeilenreihenfolge wiederhergestellt wird? Die Position des Doppelpunkts bestimmt, ob eine Spalte zentriert, links oder rechts ausgerichtet werden soll. Standardmäßig werden alle Spalten linksbündig ausgerichtet, wenn Sie keine Doppelpunkte verwenden. Aber warum hier aufhören? Eine Tabelle ist in vielen Fällen nur eine Darstellung eines Data-Sits. Wenn ja, warum visualisieren Sie es nicht einfach entsprechend und zeichnen ein Diagramm? Zeigen ein Diagramm oder eine Karte am oder was auch immer für Ihre Daten am besten geeignet ist. Im Moment wenden wir einfache Regeln an, um die Art Ihres Datensatzes zu identifizieren und wählen daher eine visuelle Darstellung. Die einfachste und wahrscheinlich naheliegendste Darstellung einer einfachen Handlung wäre die folgende. Eine Kopfzeile mit einigen Namen und Spalten, die Zahlen enthalten. Die erste Spalte wird als Hauptspalte interpretiert und definiert somit die x-Werte, der Rest liegt bei Ihnen. A cell is then only associated with a number. If the first word sequence of characters separated by a space can be passed as number, the null kilometer within this example gets ignored. So if you want certain values to be ignored, simply attach something directly to the number or at a character in front of it. LeaScript identifies this pattern and automatically add it as a button above. also wenn you want certain values to be ignored, kommt auf den Das Skript erkennt dieses Muster und führt automatisch über der Tabelle eine Schaltfläche hinzu, die es ermöglicht zwischen der Tabellen- und der Liniendiagramm-Darstellung zu wechseln. Sie können das Diagramm interaktiv ändern und sogar das resultierende Bild herunterladen. Eine Funktion kann nicht verschiedene y-Werte für einen x-Value, also, wenn sie zwei oder mehr gleiche x-Werte, wird das resultierende Diagramm ein Streudiagramm sein. Lastbart not least Balkendiagramme Wenn die erste Spalte mindestens eine Zelle enthält, die nicht als Zahl gepasst werden kann, während die anderen distun, wird diese Tabelle als Balkendiagramm interpretiert. Die erste Spalte definiert somit ihre Gruppe von Gruppen. Es ist jetzt auch möglich, ihre Tabelle nach verschiedenen Spalten zu sortieren und diese Anordnung auch innerhalb der Balkendiagramm-Darstellung zu sehen. Wie bereits erwähnt, ist dies nur eine kurze Einführung in dieses Thema. Schauen Sie sich also den Abschnitt Spaß mit Tischen an, um eine vollständige Übersicht zu erhalten. Das Bearbeiten von Tabellen mag mühsam erscheinen, ist es aber nicht. Es gibt eine Vielzahl von Plugins für verschiedene Editoren, die Sie verwenden können, die die Formatierung für Sie übernehmen. Sie können sie verwenden, um schnell durch Ihre Zellen zu navigieren, und einige ermöglichen sogar das Sortieren. Sie können in Ihrem Markdown auch einfaches HTML verwenden, wenn Sie etwas vermissen. Es wird meistens ziemlich gut funktionieren. Aber es sollte mit Vorsicht verwendet werden, da einige Interpreter andere Regeln anwenden. Einige interpretieren alles innerhalb eines HTML-Tags als HTML, während andere das Mischen erlauben. HTML kann also Markdown enthalten. Das HTML enthält das Liarscript ermöglicht übrigens das Mischen. Denken Sie also daran, dass Zeilenumbrüche und Einrückungen immer noch relevant sind. Das Ergebnis zeigt, wie das Inline-CSS auf alle verschachtelten Markdown-Elemente angewendet wird. Wenn Sie jedoch Ihrem Dokument einen Stil verleihen möchten, unterstützt Liarscript eine andere minimalinvasive Methode. Wir werden dies im Abschnitt Styling ausführlich beschreiben. Wenn Sie benutzerdefiniertes HTML anstelle von Markdown verwenden, wird kein Stil angewendet. Sie können natürlich auch komplexere Inhalte oder Tabellen erstellen. Auf diese Weise können Sie alle Elemente mit Ihrem eigenen Styling versehen. Wenn Sie möchten, können Sie auch die generierte Liarscript-Struktur kopieren und unsere Klassen verwenden. Die meisten Browser enthalten einen Inspektor, mit dem der gesamte Dombaum interaktiv inspiziert werden kann. Sie können jedoch auch Ihre eigenen Stile innerhalb des Hauptdokument-Kommentars importieren, indem Sie die Link-Definition. Wir werden dies im Link zum Makro-Abschnitt genauer erklären. Das Das Details Und Summary Tags sind Standard-HTML-Tags und GitHub unterstützt auch Ihre Verwendung mit Markdown. Diese Tags bieten eine gute Möglichkeit, etwas zu definieren, was heutzutage Akkordeon genannt wird. So kann Ihr Benutzer auf den Zusammenfassungstext klicken, um den Textkörper der Detailstag erscheint. Wenn Sie komplexeres HTML einbetten möchten und nur HTML, ohne sich um Einrückung und Formatierung zu kümmern, sollten Sie die Liar-Gebtag, um Ihren Code zu umgeben. Wie das Ergebnis zeigt, wird alles in diesem Tag nur als HTML behandelt. Es wird kein Markdown-Passing angewendet und die Einrückung wird überprüft. Auf diese Weise können Sie beispielsweise auch noch komplexere HTML-Tabellen, Bilder mit mehreren Quellen für unterschiedliche Bildschirmgrößen und mehr importieren. Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Somit sind Sie auch für Ihr Styling verantwortlich. In Markdown können Sie eine Sequenz von mindestens drei aufeinanderfolgenden Backdicks verwenden. Apostroph. Um einen Codeblock anzugeben, der nicht als Markdown behandelt werden sollte, sondern stattdessen eine Art Code enthält, für den nach Möglichkeit Syntax-Highlighting verwendet werden sollte. Das erste Wort nach den Backdicks dient als Indikator dafür, welche Art von Syntax-Highlighting angewendet werden soll. Falls Sie sich fragen, wie man einen Codeblock in einen Codeblock mit Backdicks einbettet. Drei Backdicks sind das Minimum. Daher können Sie Ihr Markdown-Codeblock-Beispiel mit einer Sequenz von vier oder mehr Backdicks umgeben. Wenn Sie mit vier Backdicks beginnen, passt LeaScript alles als Code, bis es eine übereinstimmende Anzahl von Backdicks erreicht. Wir befinden uns jedoch immer noch in der Markdown-Welt mit statischer Code-Visualisierung. LeaScript unterstützt auch interaktive Programmierung, sodass Ihr gesamtes Code-Snippet ausführbar und bearbeitbar gemacht werden kann. Dies wird im Abschnitt Interaktive Kodierung genauer beschrieben. Markdown unterstützt auch das Hinzufügen von Code mithilfe von tilde, tilde, Zeichen statt Backdicks. Dies wird derzeit von LeaScript nicht unterstützt, könnte aber in Zukunft hinzugefügt werden. Darüber hinaus ist es im Standard-Markdown auch möglich, Einrückungen mit mindestens vier Leerzeichen zu verwenden, um einen Block oder eine Zeile als Code zu markieren. In LeaScript wird dies anders behandelt. Sie können Einrückungen verwenden, um Ihr Dokument lesbar zu halten. Die beiden Indikatoren für Text-to-Speech im Beispiel werden von LeaScript gleich behandelt. Aber ein anderer Markdown-Interpreter interpretiert das zweite Beispiel als einzelnen Absatz. Während der Indikator im ersten Beispiel als Code behandelt wird und daher einfacher zu verstehen, ist mit jedem anderen Markdown-Interpreter einschließlich der Darstellung auf GitHub lesen. Wenn Sie ein paar Code-Blöcke in etwas bündeln möchten, das ein Projekt widerspiegelt, können Sie dies mit der folgenden Syntax erreichen. Alle Code-Blöcke werden einfach miteinander verbunden, um eine Gruppierung anzuzeigen. Wenn Sie sie mindestens durch einen Zeilenumbruch trennen, werden sie separat behandelt. Das wird ziemlich ordentlich, wenn wir das Konzept der interaktiven Code-Blöcke vorstellen. Sie können im Kopf Ihres Code-Blocks optional Namen definieren. Das Start-Plus, Plus- und Minus-Bindestrich-Symbole werden verwendet, um anzuzeigen, ob die resultierenden Code-Blöcke sichtbar oder versteckt sein sollen. Sie können dies jedoch ändern, indem Sie auf die resultierende Titelleiste klicken, um den Code-Block entweder zu maximieren oder zu minimieren. Wenn Sie Ihrer Datei kein Plus oder Minus als Präfix hinzufügen, wird das Plus als Standard verwendet. In den meisten Fällen können Sie einfach den Namen der Sprache oder die gemeinsame Datein-Armen-Endung in den Kopf eines Code-Schnipsels einfügen. Die meisten Markdown-Interpreter verwenden Highlight-JS für die Sprachwiedergabe. Da wir auch einen Editor mit Syntax-Highlighting-Funktionen benötigen, verwenden wir ACE. Daher kann sich die Sprachunterstützung von anderen Systemen unterscheiden. Wir wenden daher ein Mapping an, damit Sie weiterhin alle Highlight-JS-Codes-Codes verwenden können, aber auch die von ACE. Momentan ist es möglich, horizontale Linien durch Hinzufügen von Linien mit mindestens drei Strichen einzufügen. Auch längere Strichfolgen sind erlaubt. Common Markdown erlaubt es auch, solche Regeln mit Sternchen zu definieren. Sternchen Aber dies wird in Lea-Skript verwendet, um Blöcke zu gruppieren, die wir später beschreiben werden. Punkt, Punkt, Punkt 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 Punkt